In diesem Drill konzentrieren wir uns auf das Ground and Pound aus der Backside Mount. Zeig mir deine Punches! Nicht nachlassen, das kannst du besser! Nein, mehr Einsatz! Vorsicht mit dem Bein, sei dominanter! Hol dir die dominante Position, komm! So reicht das noch nicht! Bleib dran! Nein, das war zu wenig! Dein Ground and Pound aus der oberen Position ist verbesserungswürdig! Ich möchte in diesem Drill mal dein Ground and Pound aus der Backside Mount sehen. Setz erfolgreiche Punches an! Benutzt? Schau mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020